Hier wird der wahre Grund gezeigt, warum Pyramiden in Minecraft existieren. Originalvideo ist in der Beschreibung verlinkt, denn wir sehen einfach mal, wir haben eine Pyramide komplett voll mit Samen. Hier wird Random Tick Speed nochmal höher gestellt auf 1000 und wir sehen einfach mal, wie das Weizen aus dem Boden geschossen kommt. Hier wird das Wasser nochmal benutzt, um das Weizen runter zu bekommen. Also ich sag mal so, ich möchte die Pyramide nicht nochmal mit Samen bedecken.